Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk, ich weiß es nicht, Nummer 11. Letztes Mal haben wir doch gesagt, jetzt 10-Jähriges, einmal im Jahr Podcast. Also die Leute, die uns vielleicht dann nur hören, guckt es auch auf YouTube an, ich habe den schönsten Pullover ever an. Ja, ohne Witz und du bist richtig gut gestylt, ne? Also was gerade aussieht, so eine Frise habe ich bei dir noch nie gesehen, ey. Ja, ist neu, ist neu. Ich war in der Innenstadt beim Friseur. Das gehört mir nur du sowas, erzähl, ey. Ja, 70 Euro habe ich bezahlt, also insofern. Ja. Das sind Hamburger Preise, ey. Ja, sagen wir mal anders, es ist Hamburger Innenstadtpreise, Notorious BHG hängt da an der Wand, Michael Jordan und es ist halt, wie soll ich sagen, also du zahlst halt auch die Lage und diesen Laden als solchen dann mit. Kann ich nur empfehlen, also die Dope Brothers, nicht die Bee Brothers, nicht zu verwechseln, die Dope Brothers, ja, die in Hamburg, Lilienstraße. Wenn ihr meint, das gönnt ihr euch mal, Bart, Haare und danach wurden mir die Haare gewaschen, nicht davor, sondern nach, damit ich jetzt hier nicht mehr nochmal duschen musste, weil alles juckt oder so. Also insofern, willkommen bei unserem neuen Friseur-Podcast. Du, beim nächsten Mal kannst du einfach zu mir kommen. Ich nehme nur 60 Euro und schneide dich hier neben einem ganzen Haufen voller Lost Origin Cases, können wir auch machen. Ich glaube, also ich habe mal auf Twitch mir live die Haare schneiden lassen. Zu Corona haben wir live auf Twitch übertragen, das findet man bestimmt noch irgendwo, habe ich mir die Haare schneiden lassen, das war schlimm. Stark, ey. Sag ich aber nicht so aus wie jetzt. Welches Pokémon wäre denn ein guter Friseur? Das fällt mir gerade irgendwie so spontan ein. Welches Pokémon? Ja. Ja, brauchst du irgendwas, was Scherenhände hat? Ja. Ähm, ja, schreibst du uns in die Kommentare. Schreibst du in die Kommentare, ich würde mal sagen, Mimikyu, das wäre auf jeden Fall mal angenehme. Ja, finde ich auch gut. Ja, finde ich auch gut. Hat nur keine Hände, ne? Stimmt auch wieder, ne? Egal, darum soll es heute nicht gehen. Worum soll es denn? Ja eben, um was geht es denn? Also, Temporal Forces, Gewalten der Zeit. Ja, noch nicht mal das, so generell Karmesin und Purpur, glaube ich, ne? Also, einfach mal so einen Blick auf Karmesin und Purpur zu werfen, weil uns hat so im Laufe der Woche die eine oder andere Frage erreicht, so aus Investmentperspektive war so die Frage, okay, wann ist denn der Zeitpunkt da jetzt zu kaufen? Kaufst du schon? Ähm, ich glaube, Sammler beschäftigt die Karmesin und Purpur-Ära gerade auch, weil mit Temporal Forces sich ja auch so ein bisschen was getan hat, insbesondere sowas Pull Rates und was die Preise der Karten angeht. Und ich glaube, all das können wir heute wunderbar thematisieren. Ja, wahrscheinlich interessiert es ja jetzt auch jeden, du hast ja jetzt neulich dein Video rausgebracht, ich hatte recht. Also, sehr empfehlenswert. So war es übrigens gar nicht gemeint. Guckt es euch an. Es ist ja gar nicht böse gemeint, sondern es ist ja so, wie es ist. Was soll man denn machen, wenn man recht hat? Ja, und nochmal vielleicht zur Wiederholung, mir ist einfach nur mal wichtig, immer wieder zu zeigen, also was in dem Hobby möglich ist, unabhängig davon, ob man recht hat oder nicht, sondern ich bin ja nicht der Einzige, der das erzählt hat. Es gibt ja viele andere, die das auch erzählt haben. Sondern einfach nur immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, diese ganze Skepsis, die ihr habt und die ihr an den Tag legt, die ist aus meiner Perspektive einfach nicht richtig. Weil wir immer und immer wieder sehen, dass die Dinge doch nur in eine Richtung gehen und zwar nach oben. Klar ist ein gewisses Risiko dabei. Klar steigen einige schneller als die anderen. Aber das ist mir immer wieder wichtig zu erwähnen, um auch einfach so den Fokus darauf hochzuhalten. Ja, also das ist ja nochmal wichtig, glaube ich, wenn wir in diesem Purpur reden, wir sehen ja gerade, dass Shilling Rain und Fusion Strike durch die Decke gehen als nächstes oder auch Astral Glanz hat auch ordentlich dazu gelegt und als nächstes wird halt Brilliant Stars dann auch nochmal heftig anziehen. Warum ich das gerade betone, ich habe ja zu der Zeit das On-Must gekauft. Also das war ja die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt steige ich auch mal ins Pokémon Investment ein und habe ja genau diese Displays, wenn es keine japanisch war, habe ich die ja gekauft und exakt diese habe ich ja gekauft. In Lost Origin haben wir ja noch relativ viel gekauft und Silver Tempest ist ja auch nur eine Frage der Zeit, weil, hatten wir schon mal drüber gesprochen, Logia, starke Shades-Karte drin, alles läuft. Also ich bin natürlich auch zufrieden. Also mir soll es, an mich soll es nicht scheitern, nur Fusion Strike zu öffnen ist halt die Hölle. Ja gut, gut, aufgrund der Pull-Rates, aber aufmachen kann man glaube ich trotzdem, weil immer dann, wo coole, teure Chase-Karten drin sind, immer dann ist der Hand danach halt sehr, sehr groß. Spaß machen macht es wahrscheinlich nicht, weil du die Mehrheit deiner Zeit nur Schrott siehst, aber absolut, ach, du hast sie dir gekauft. PSA9, sehr gut. Was hast du bezahlt? Gengar VMAX 250, ey. War halt die einzige in Deutschland, die keine PSA10, da warst du halt schon mit 350, wie immer, so diese Geschichte dann drüber. Ich kannte den schon, weil ich bei dem schon gekauft habe und ich habe halt einfach H280 einfach eingegeben, im Sinne von, ich will die Karte halt haben. Wie es dann immer so ist, sie ist dann von 200 auf die 50 noch hoch, weil irgendjemand anders bereit war, 250 zu geben. Und das wäre der Card-Market-Preis aus den Niederlanden auch gewesen. Da hätte ich das 1 zu 1, die PSA9 aus den Niederlanden, dann natürlich den Versand, bla bla bla. Und da, der Verkäufer, wusste ich, am nächsten Tag geht für 9,95 Euro auch mit Päckchen raus. Alles easy, supergeil eingepackt gemacht, getan, nette Kommunikation. Und das ist dann so, wo ich immer sage, da zahle ich dann ja gerne mal, muss ich wieder Schnäppchen gemacht haben und habe da halt krass mitgeboten. Das heißt, ich habe jetzt, wie Leute, die uns hören, die Gengar VMAX-Karte aus Fusion Strike habe ich jetzt gekauft, weil ich denke, die wird ja genauso hoch gehen. Logischerweise ist sie ja schon, die hätte man eine ganze Zeit lang für 120 kaufen können. Schöne Karte, richtig, richtig schöne Karte, ne? Also, ja, kann man nicht anders sagen. Davon haben wir in der Ehre ja einige gehabt, ne? Ja, auch genau, also wir wollen ja gar nicht jetzt aus Schwen Schild, so willst du ja auch Kamesin und Purpur reden. Aber wenn wir daraus lernen, wäre ja jetzt die Frage, wann kaufen wir denn jetzt die Kamesin und Purpur-Booster-Displays-Packs, wie auch immer, Booster-Boxes, Display-Karten. Booster-Boxes ist übrigens ganz cool, ne? Booster-Boxes, ja. Ist ja Englisch, aber gut. Muss ich dir ja nicht erklären. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, mich erreicht diese Frage immer wieder. Du hast gerade nochmal so ein bisschen was gesagt. Ja, als nächstes gehen die und die Displays rauf. So denke ich zum Beispiel aktuell auch. Also, ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, jetzt schon mal auf Kamesin und Purpur zu blicken, weil man darf auch nicht vergessen, wir haben ja mittlerweile auch schon echt einige Sets aus dieser Ära bekommen. Also, der erste Block ist ja wirklich schon fast durch. Wir warten jetzt so gefühlt auf den zweiten Block, der ja tendenziell, wenn wir mal so die vergangenen Jahre Revue passieren lassen, dann nochmal deutlich besser wird. Aber um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, also wenn ich so auf mich blicke, dann sehe ich zu, dass ich aktuell einfach nochmal viel Schwert und Schild einkaufe. Also, Silver Tempest steht gerade extrem auf dem Programm. Warum? Weil es einfach noch günstig zu haben ist. Wie viele sind es? 124 oder so? Ja, auf Card Market jetzt so bei 130 noch ein paar, glaube ich. Danach geht es schon auf 140. Ja. Also, es ist noch relativ günstig zu haben für das Potenzial, was halt drinsteckt. Wir haben bei Lost Origin gesehen und bei Fusion und bei Chilling, wie schnell das auch gehen kann. Wie schnell auch Restbestände irgendwie auch vom Markt verschwinden können. Astral Radiance ist auch noch so ein Set, was man sich auch noch angucken kann, so zwischen 135 und 150 Euro. Und dann geht es halt auch schon auf die etwas schlechteren Sets, wie Vivid Voltage und wie Darkness The Blaze. Von daher schaue ich eigentlich eher so, dass ich noch die günstigen, guten, alternativen Artwork-Sets aus Schwert und Schild aufsammle und dort zugreife. Und dann aber auf Karmesin und Popo gehe. Und wenn man persönlich schon ausreichend von diesen Sets hat, dann spricht meiner Meinung nach gar nichts gegen, dann auch schon die ersten Sets von Karmesin und Popo einzukaufen. Auch wenn es dort natürlich etwas länger dauern wird, bis die Sachen auch im Preis steigen für Investoren. Für Sammler ist es, glaube ich, grundsätzlich egal. Was man aber auch nicht vergessen sollte, ist, wir haben aktuell super gute Einkaufspreise. Und das ist manchmal viel, viel mehr wert, als dass ich vielleicht jetzt noch ein, zwei Jahre warte und dann vielleicht für 20, 30 Euro mehr zuschlage. Weil fast alles, jetzt wir haben letztens schon ganz kurz drüber geredet, gibt es für unter 100 Euro. Deswegen, also wenn du jetzt natürlich, sag ich mal, Fusenstrike verkaufst du jetzt mit 200, war das noch ein bisschen, kriegst du es für 200 los. Also bei Ebay ist man so zwischen 174 bis 220 ist die Range momentan. Sagen wir mal, du kriegst jetzt 200 bei Ebay dafür. Dann geht ein bisschen was ab und so, ja, weiß ich alles. Aber da könntest du dir zwei Karmelsin- und Pupu-Displays verkaufen für die Preise jetzt. Das heißt, du hättest fast 100 Prozent Gewinn auf Fusenstrike. Genau das, was wir oft hier thematisiert hatten. Wenn ihr uns die ganz alten Podcast-Folgen euch anhört, dann ist es ja so, nach dem Motto, kaufe zwei. Das hätte bei Fusenstrike jetzt geklappt. Ich habe nämlich 104 Euro für Fusenstrike gezahlt. Absolut, guck mal, bei 208 verkaufst du eins, hast das andere for free und hast geöffnet. Also hast du natürlich nichts gezogen bei Fusenstrike. Aber rein theoretisch, ja, hast einmal Spaß gehabt und hast es refinanziert. Also es war halt nur gebundenes Geld. Das finde ich für Sammler halt sehr interessant, so zu denken. Und wenn du jetzt sagst, du könntest jetzt ein Padilla Evolved aufmachen und spekulierst auf dasselbe, das ist passiert, könntest du dir jetzt zwei Padilla Evolved bestellen, ein völlig underrated Set. Die Frage ist ja, welches Set würdest du kaufen aktuell? Weil es gibt ja, also lass uns mal kurz überlegen, es gibt Scarlet und Violet Base. Also du bist schon mal auf Englisch, ne? Genau, ich würde mich jetzt japanisch kaufen, wenn du mich fragst. Ja, okay, ja, sehr gut. Momentan würde ich massivst japanisch kaufen, wenn es am Investmentgedanken ist. Aber okay, wir sagen Englisch oder Deutsch, ne? Genau, japanisch auch sehr, sehr guter Hinweis. Wie gesagt, auch da bin ich weiterhin Bullish. Es gibt aktuell tatsächlich auch sogar ein paar Picks, die wir vor ein paar Wochen, Monaten gar nicht zu dem Preis hätten bekommen können. Wie Violet EX, das habe ich die Tage für, glaube ich, 79 Euro gesehen. Ja, 74,99 hatte der Corner als gestern. Oder 74,99, ebenso Clayburst. Also überleg mal, die gab es lange Zeit nur für 100 Euro. Also von daher, wer da gewartet hat, für den hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr, sehr teure Karten mit dabei. Also kann auch zukünftig eine sehr gute Entwicklung werden. Aber lasst uns mal auf Deutsch und auf Englisch blicken. Also Scarlet Vital Base, Paldia Evolved. Wir haben Obsidian Flames mit dabei. Klar, wir haben 1,5,1 als Special Set. Wir haben Paradox Rift, Paldian Fates als zweites Special Set. Da sieht man mal, wie weit wir schon in dieser neuen Ära drin sind. Und wir haben jetzt ganz frisch auch noch Temporal Forces da drin. Ist das das neue Drachenwandel? Wäre auch nochmal so eine Frage, die wir uns heute auch nochmal besprechen könnten. Aber welches würdest du picken von all denen, die wir gerade genannt haben? Ja gut, die kosten ja alle, wenn du es clever anstellst, alle 99,90 so. Also es ist glaube ich keins. Oder sogar weniger. Weniger auch schon habe ich noch nicht gesehen. Okay, aber alle halt unter 100. Das ist ja eigentlich immer klassische Kaufempfehlung, haben wir hier immer gesagt. Wenn du Englisch unter 100 kriegst, kannst du mitnehmen. Deutsch kannst du sogar kurzfristig wahrscheinlich sogar noch Gewinne erzielen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich mochte ja schon immer die ersten Sets sehr, sehr gerne. Also die Gadua-Karte mit dieser Evolution war da drin. Es war in Paldea Evolved sind halt hammerstarke Karten, auch Trainerkarten und so drin. Aber ich würde halt jetzt nicht, sag ich mal, auf die neueren gehen. Also wenn jetzt, wäre jetzt, wenn ich frühzeitig für 99 das mitnehmen möchte, dann würde ich die jetzt kaufen, glaube ich. Die älteren? Also genau, die ersten aus der Kamesin und Popo-Ära. Wenn ich japanisch ausblende und wenn ich zum Beispiel ein Reprint von 151 ausblende und wenn ich jetzt die aktuellen japanischen Display-Player so unter 50 Euro sehe, dann würde ich dafür gehen. Also eigentlich ist momentan ja das, kauft alles ein, was ihr könnt. Vielleicht ist dann, wenn wir auf japanisch sind, Violet EX halt eigentlich die Zeit. Wer weiß, wer weiß. Das war so teuer die ganze Zeit. Ja, das ist so. Die waren ja bereit, es zu zahlen. Das heißt, 50 Euro Gewinn ist also auf jeden Fall drin, wird es wieder back bei uns zu 124. Und ich glaube, die müssen halt in die Restbestände loswerden. Und das war der Hype. Aber ich habe auch gesehen, Ruler of the Black Flame soll ein Reprint kriegen. Die andere nicht. Absolut, ja. Ja gut, das kann jederzeit auch bei den anderen der Fall sein. Aber Ruler kommt nochmal gemeinsam zu 151. Ja, verrückt, verrückt. Die Nachfrage ist halt so hoch nach dem Set, ne? Ja, ich hatte gedacht, aber es ist das schwächste Set. Aber eins ist es auch. Das ist halt, aber spielstark. Also mitunter, obwohl auf japanisch, also nicht verwechseln, japanisch, englisch anders, weil japanisch super teure Karten, ne? Also da wird das Set definitiv auch ein guter Pick sein zu dem Preis, jetzt auch zum Reprint-Zeitpunkt, ne? Aber genau, lass uns mal gucken. Also ich bin da ähnlich unterwegs wie du. Ich sag, alles was älter ist, zuerst kaufen. Das ist so meine Intention dabei. Weil das heißt, wenn ich jetzt bald und der Zeitpunkt wird kommen, wenn ich letztendlich meinen Bestand bei Schwert und Schild so habe, dass ich vollkommen fein damit bin, dann werde ich von alt zu neu gehen. Und dann werde ich mit Sicherheit zuallererst, ich habe sogar jetzt schon noch die ersten Händler angefragt auf Cardmarket. Ich mache es ja immer so, dass ich auch anschreibe und frage, ob preislich noch was möglich ist. Da wäre jetzt zum Beispiel auch Scarlet Violet Base für 94 Euro möglich gewesen. Auch ein völligst, völligst feiner Preis, wenn man bedenkt, ja, vielleicht zwei, drei, vier Jahre liegen lassen und wir sehen ganz, ganz andere Preise. Bei Scarlet Violet Base muss man halt sich vor Augen halten, du hast gerade die Gardevoir-Karte gesagt, wir haben halt nicht allzu viele teure Karten mit dabei. Also die Chase-Karte aus dem Set kostet gerade mal 20 bis 25 Euro. Das ist die Mimi-Karte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber die ist ja auch so gestürzt, ne? Also es ist ja... Die ist mega gestürzt, aber... Ich habe beide hier und es ist eine fantastische Karte. Aber wie wir jetzt auch momentan sehen, vergleichen wir wieder Fusion Strike, Shilling Rain. Das waren jetzt auch nicht immer die teuersten Karten, wie sie jetzt stehen. Also ich kann nicht sagen, wenn wir mal Fusion Strike, das Zillibi ist da drin. Oder das Mew ist da drin. Die Mew ist auch eine geile Karte. Und da ist es so, dass die ja im Preis jetzt gestiegen sind. Definitiv. Also zu denen, was du damals hättest kaufen können, als die Dinger noch 104 Euro gekostet haben. Also deswegen möchte ich da eine Lanze brechen. Es war nur die Gengar-Karte sehr teuer. Wer weiß, wo sich denn auch die Mimi hin entwickelt. Also lass sie beim nächsten Hype. Kannst du auch verdoppeln. Also wenn du dir da jetzt zehn Stück hinlegst, why not? Kann alles passieren. Würde ich persönlich jetzt nicht machen. Also mir da irgendwie zehn Karten von weglegen, weil einfach so viele andere Möglichkeiten da sind. Aber kann auf jeden Fall passieren. Aber Fakt ist so, wenn wir gerade so die ersten Displays vergleichen, also Skylight Invited Base mit vielleicht auch Paldia Evolved, dann würde ich persönlich eher zu Paldia Evolved greifen. Also wenn man selektieren müsste, zwischen den jeweiligen Sets als zu Skylight Invited Base, weil Paldia Evolved einfach nochmal für nicht schönere und teurere Karten mit dabei hat. Allein das Carpador um die 50 Euro. Allein Edding Mara um die 50 Euro. Wir haben auch noch Despotar und wir haben Raichu mit dabei, was auch sehr, sehr schöne Karten sind. Von daher so erst alt, dann zu neu. Und wenn ich alt nehmen würde und wählen müsste, wäre meine persönliche Wahl aktuell eher auf Paldia Evolved. Und erst dann würde ich mir über alle weiteren Sets Gedanken machen, wie zum Beispiel Obsidian Flames oder Paradox Rift. Obwohl ich Temporal Forces nochmal deutlich stärker als Obsidian und als Paradox finde. Und natürlich auch stärker als Scarlet und Violet Base. Bei Paldia Evolved bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil irgendwie gefällt mir das Set sehr, sehr gut. Ja gut, es ist halt so ein klasse... Also ich glaube, das ist ein Fusion Strike Shilling Rain Set. Paldia, meinst du? Genau, das habe ich nicht so gemerkt, weißt du, dass das so gut war. Also ich weiß ja, ich kann ja nur über die Geschichte erzählen, dass die Leute über Fusion Strike und Shilling Rain, das ist so schwach und das ist nicht geil und jetzt erst geht es dann bergauf und dann ist es durch Celebrations untergegangen und dann ein riesen Tarat, was für schlechte Sets. Also insofern, ich glaube, dass in dieser Rückschau, dass sie ja jetzt auf einmal gute Sets sind. Ich kaufe hier so eine fucking Karte für 250 Euro, wie dumm kann man sein, ey. Und das ist halt aus Sammlerleidenschaft, ihr könnt die Dinger nicht früh genug kaufen. Also es geht einfach, es geht einfach nicht. Und was du jetzt siehst ja bei Gewalten der Zeit, die Karten explodieren ja aus irgendeinem Grund, sobald die Rarität wieder zunimmt. Also es ist dasselbe. Also wir hatten ja hier im Vorgespräch kurz geguckt, also ich kann es ja kurz mal vorlesen. Eine Special Illustration Rare, das ist einmal die Gengar-Karte und dieses unersprechliche Pokémon, das ich eh nicht mag. Ey, die Namen, die machen mich verrückt, wirklich. Also die Namen machen mich verrückt. Furienblitz, Eisenhaupt und Eisenblatt, ey. Aber auch Keilflamme und Windewoge, ey. Wo ist das Keilflamme und Windewoge, ey? Das sind Entei und Suikun und Raikou ist halt Eisenfels. Also die Namen, die machen mich wirklich verrückt. Also ich weiß nicht, was Pokémon sich dabei gedacht hat. Die Karte zu ziehen, also es gibt einmal die Hyper Rares, ne? Da eine spezielle Karte zu ziehen ist 1 zu 836. Und jetzt eine Spezifix Special Illustration Rare, auch schwer, ne? Das hasse ich sehr gut, danke. 1 von 855. Also das heißt, kurz zum Vergleich, nehmen wir mal Silver Tempest, die Lugia-Karte, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. 1 zu 684 heißt, die Lugia-Karte, die nicht ganz so leicht zu ziehen ist. Ich hatte das ja mal ausgerechnet, du musst irgendwie, was weiß ich, ja, fast 684 Packs. Und wenn ich davon ausgehe, wie viel Geld du ausgeben musst, musst du halt sehr, sehr viele Silver Tempest Booster öffnen. Und das ist bei Gewalten der Zeit, ist die Rarität zurück. Das heißt, es ist sehr schwierig, diese Karte zu ziehen. Und dann geht es auch automatisch der Preis wieder extrem nach oben. Und das bedeutet, es scheitert sich bei Pokémon einzig und allein, um die Nachfrage zu drehen. Es ist immer wieder, also das können wir eindeutig sehen, es ist die Nachfrage. Es ist eigentlich egal, wie viel die printen und machen und tun. Weil das wäre ja jetzt wieder die typische Geschichte, ja, es kommt für viele auf den Markt. Also das, was du auch in deinem Video hattest, das ist so viel etc. Die Leute sind bereit, so viel Geld dafür zu zahlen. So, und die reißen ja auch dementsprechend auf. Also insofern muss die Nachfrage da sein, dass diese Karten mittlerweile so im Preis gestiegen sind. Und es wären wieder teure Kamesin- und Purpur-Karten. Und das zeigt auch, es gibt kein neues, wie soll ich sagen, Pokémon-Strategie, sondern die machen willkürlich die Purpull-Rates dahinter. Oder sie haben sich gedacht, wir ziehen sie jetzt wieder an, in Richtung zweiter Block oder so. Was ja auch Willkür wäre. Es wäre auch Willkür, genau, nach dem Motto, wir schauen einfach mal, was wir so tun. Ja, aber am Ende ist es trotzdem ein Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage. Weil wenn die Purpull-Rates ja so schlecht ist, kann ja, sage ich mal, trotzdem viel aufgemacht werden. Aber am Ende landen einfach weniger von diesen Karten auf dem Markt. Und daraus resultieren dann irgendwie auch die Preise. Also für mich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es jetzt kein neues Drachenwandel oder so. Nur weil da jetzt ein Eisenhaupt hinter einem oder vor einem Mond steht, heißt es für mich nicht, dass es das neue Moonbrion ist. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass die Set-Struktur stärker ist, finde ich, als das, was wir in den Force-Sets gesehen haben. Und dass die Karten, die wir dort sehen, durch die, sage ich mal, schlechtere Purpull-Rate vom Preis her stärker ausfallen. Also einfach teurer sind. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwann dazu führen, dass das Set auch all over wahrscheinlich auch teurer wird als die Sets, die wir davor bekommen haben. Also ein Paradox Rift oder ein Obsidian Flames oder ein Scarlet Violet Base wird das Set meiner Meinung nach long term definitiv schlagen. Wenn wir jetzt auch schon diese kurzfristige Betrachtung sehen. Auch wenn es am Anfang noch schwierig ist zu sagen, weil es ist mal gerade eben auf dem Markt. Also es gefällt mir persönlich ja nicht so gut. Also es ist einfach dieses Furiumblitz, Eisenhaupt, Eisenblatt und Kaiflamme. Das trägt für mich ja das Set nicht. Also überhaupt nicht. Also was ich wieder ganz gut finde, aber das ist halt in allen Sets so. Also es gibt eine Gengar-Karte, nennt sich hier übrigens Jens Überzeugung im Deutschen. Das ist auch das Problem. Wird da jetzt kein Trainer draufstehen, sondern Gengar hätten wir hier keine 30 Euro, sondern wahrscheinlich eine 150 Euro Karte. Ja, warte, ich kann dir ja mal kurz sagen, wie die Purpull-Rate für diese Karte wäre. Es ist dann ja eine Illustration Rare, richtig? Warte, 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 warte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist eine Illustration Rare, so. Und die wäre aber nur 1 zu 140. Wenn es eine Ultra Rare ist, was ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, dann ist es 1 zu 270. Das würde halt wieder dafür sprechen, dass halt wieder einzig und allein die ganze Geschichte hier, nur die Rarität, aber hier sind halt zig Karten über 10 Euro und auch die, also dann gibt es ja auch nochmal Eisenhaupt, Eisenblatt, Forienplatz und Windwoge, ne? Gibt es dann ja auch nochmal in Gold. Also es ist ja wie diese blöden Rainbow-Karten von damals. Einfach nochmal dasselbe. So schlecht kann ich ja gar nicht. Ich kann hier nicht leiden, ey. Ich kann eine Rainbow-Karte nicht leiden und ich kann jetzt diese Gold-Karten nicht leiden. Ja, meine ich. Aber das ist ja nur ein persönlicher Geschmack. Persönlicher Geschmack. Mir gefällt es eigentlich ganz gut, dass wir, wie gesagt, wir stellen die Namen, aber so die Tatsache, dass wir jetzt, sage ich mal, sehr beliebte, legendäre Pokémon mit den sechs, die wir jetzt genannt haben, in einer anderen Form bekommen haben, das finde ich eigentlich ganz cool. Und mir gefällt es auch, wie gesagt, dass Pull-Rates und sowas wieder, ja, wie soll man es sagen, einfach schlechter sind, weil sich das dann wieder besser wahrscheinlich in der Preisstruktur longterm wiederfinden wird. Von daher, das gefällt mir an dem Set ganz gut. Und irgendwie würde ich, ich würde mir auch wünschen, wenn die das beibehalten für die Sets, die kommen, weil der zweite Block bei Pokémon in einer Ära ist ja oftmals der viel, viel bessere, ne? Also wenn wir uns mal, ich habe mir das mal die Tage angeguckt, Sonne und Mond und vielleicht leitet Temporal Forces das ja auch ein, ne? Also all diejenigen, die jetzt darauf hoffen, dass das Drachenwandel wird, ich glaube es nicht, aber ich glaube schon, dass das neue Drachenwandel zeitnah kommen wird. Weil schaut mal auf Sonne und Mond, da waren insbesondere so die letzten Sets die stärksten. Also Unbroken Bonds, Team Up, Unified Mines, Cosmic Eclipse, das waren mit die letzten Sets aus der Sonne und Mond Ära. Das gleiche bei Schwert und Schild, ne? Also Fusion Strike, Drachenwandel, Chilling Rain, am Ende jetzt auch nochmal Lost Origin, Silver Tempest wird auch stark werden. All das Sets, die im zweiten Block kamen. Von daher leitet Pokémon vielleicht damit jetzt so ein bisschen auch die Wende ein, was vielleicht, ja, qualitativ hochwertigeres Sets wieder mit stärkeren Preisen mit sich bringen wird. Mal gucken, ich bin gespannt, was da so kommt. Aber Rafa, Gegenthese, es könnte ja jetzt sein, dass ihr ja seit Vista Universe belohnt sie uns ja, dass die Pull Rates nicht mehr so schlimm sind. Genau, es könnte sein, wenn wir jetzt, sagen wir mal, zwei Jahre weiter sind, dass, wenn nicht so stark der Investorenmarkt, sondern der Sammlermarkt zuschlägt. Das heißt, da denkt man sich, boah, nochmal so Vista Universe in Gold, nochmal öffnen, mein nochmal, ne? Also Zenit der Könige, ach, da gibt es ja noch so ein paar ETBs und so. Wenn du ja weißt, sie drehen das Rad jetzt wieder zurück und hauen die Rarität hoch. Könnte es sein, was es ja noch nie gab, dass später, in zwei, drei Jahren, Sammler bereit sind, für Sets, wo sie eher was treffen, mehr Geld auszugeben. Das heißt, das ist dann nicht so, dass es stark mit dir spekulieren geht, sondern ich erinnere mich daran, boah, es gab mal eine Zeit, erinnerst du dich, Rafa, wenn wir hier beide alte Herren hier noch immer sitzen und sagen, Kamesin und Purpur, Anfangszeit, ey, das ist doch en vogue. Da kannst du jetzt für 200 Euro, kannst du mal so ein Vista Universe. Hab ich damals noch für 99 gekauft und dachte, wäre ein guter Preis oder 89, keine Ahnung, was wir gekauft haben, jetzt steht es bei 75. So, jetzt könnte man da zuschlagen, um das zu machen, ich will eigentlich nur die Lanze dafür brechen, dass ich sage, unterschätzt mir die Sammler nicht. Ich kaufe hier eine Gengar-Karte für 250 Euro in einer PSA 9. Also das heißt, ich kaufe hier nur eine gegradete Raw-Karte, wo ich jetzt weiß, die Qualität ist gut. Mehr habe ich ja nicht getan. Es ist ja keine 10. So, für 250 Euro, warum sollte ich dann nicht sagen, ey, was weiß ich, jetzt gamble ich und hole mir eine Karte aus einem Set, wo ich weiß, ich ziehe garantiert etwas und nicht wie bei Fusion Strike und Chilling Rain. Das tut halt echt weh. Also du kannst jetzt für 200 Euro, wer das macht und das aufreißt. Boah. Und das ist genau, da würde ich zum Beispiel dann eine Gegenthese nochmal stellen, also mein Blick da drauf. Ich glaube, solange Displays günstig sind und Karten daraus einen gewissen Wert haben, ist die Bereitschaft für Leute, die öffnen, halt viel, viel größer. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn Beträge oder wenn Preise der Displays einfach weglaufen, wie jetzt bei Lost Origin, dann wird für 200 Euro, glaube ich, kaum ein Sammler mehr eine Lost Origin öffnen oder einer, der aufmacht, sondern er wird sich eher darüber Gedanken machen, kaufe ich mir vielleicht die Giratina als Raw oder als PSA 9 Karte, weil die das Gleiche kostet vielleicht wie das Display. Klar, schaffst du nicht, weil die teurer ist. Genau. Ich glaube einfach, was ich damit sagen will, ab einem gewissen Zeitpunkt werden diese Dinge einfach immer interessanter für Investoren und für Sammler und immer weniger für die, die aufmachen. So, und dann hilft es, glaube ich, wenn Karten teurer sind und die resultieren oftmals daraus, dass Pull-Rates schlechter sind. So, das ist so der Gedankengang, den ich drauf habe. Ich kriege es ja bis heute nicht hin, Raffa. Haben wir schon oft drüber unterhalten, wer denn die Leute sind, die für 200, 300 Euro jetzt noch ein Display kaufen. Ja, viele, viele. Ja, aber ich denke mir immer so, die müssen ja wenig vom Markt verstanden haben, weil es gibt ja neuere Chancen, bessere Chancen, wo du jetzt investieren könntest. Für weniger Geld mit weniger Risiko. Ja, obwohl, stopp, stopp, weiß ich nicht. Weil ich habe die Tage, habe ich zum Beispiel mal dieses Video, wo du gesagt hast, das war vorhin, wo du so ein bisschen gelacht hast, aha, ich hatte recht. Ja. Ich habe gesagt, ich habe den Vergleich von vor vier Monaten gezogen. Ja. Und vor vier Monaten hättest du Fusion Strike, Chilling Rain kriegen können. Ja. Lost Origin und du hättest Evolving kriegen können. Und die beste Performance hat Evolving gemacht, von 400 auf 600. Aber da reden wir über das Gleiches Beispiel aber. Ja, aber wir reden über das Special und das Chase-Set. Das wäre so, als würden wir jetzt die Geratina-Karte zu der Galar-Lavados-Karte verreichen aus Chilling Rain und sagen, guck mal, was du für eine Steigerung hast. Weil die hast du Raw für Honey gekriegt und teilweise unter. Und wir haben alle nicht zugegriffen, weil dann hätte ich da ja jetzt eine Preisscheidung um 300 Prozent momentan. Das heißt, ja, ich gebe dir komplett recht, aber ich frage mich halt noch immer, Karte kann ich intellektuell nachvollziehen, warum man sie kauft. Kann ich verstehen? Will man haben? Tue ich jetzt auch mit der Gengar. Ich habe jetzt so viele gegradete Karten hier. Es ist unfassbar. Aber auch nur immer einmal. Es hat kein Investment-Gedanken jetzt für mich, sondern ich gucke sie mir an, wie sie vielleicht langfristig im Stärksteigen, dem Team ab und so weiter. Die Rarität nimmt man immer ab. Die ist immer schwerer zu bekommen. Aber dann ist auch nicht mehr jeder bereit, 250 Euro für eine Karte auszugeben. Safe. Ich frage mich ja nur immer, wer kauft denn jetzt, also nehmen wir mal Drachenwandel bitte raus, wer kauft denn jetzt so Cosmic Eclipse für 800 Euro? Da sitzt einer vor dir, der ja schon auf jeden Fall sucht. Wenn der Zustand top wäre, würde ich es machen. Ja, aber das sind ja nur Investoren dann. Ja, ja, klar. Ja, Investoren oder, sage ich mal, Komplettisten oder Sammler, die das unbedingt haben wollen. Aber wer kauft es denn dann jetzt auf einmal und hat es dann nicht die ganze Zeit gekauft? Also wer kauft es denn dann erst, wenn die Preise so, also in der Masse, also es geht ja auf dem Cardmarket, habe ich ja bei dir gesehen, es geht ja auf einmal Prachialmasse weg. Ja, ja. Und dann geht es auf einmal ganz, ganz schnell, weil die Leute kaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Investoren sind. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Weil dann ist es ja auch auf langfristig eine Blase. Und es ist ja keine Blase. Das hast du ja jetzt gezeigt in deinem Video. Deswegen, es muss Leute geben, die das aus dem Sammler-Aspeck kaufen. Und es muss Leute geben, die das für 300, 400 Euro aufreißen. Ich kann es mir anders nicht erklären, weil sonst würde ja immer wieder eine Riesenschwanke kommen. Die Preise würden wieder fallen. Weil, sagen wir mal Zufall, es würden sehr viele Leute gleichzeitig verkaufen, müsste man einen Preisabfall sofort bei Fusion Strike wieder merken. Tust du ja nicht. Es steigt ja immer weiter. Das heißt, es ist ja jetzt jeder, 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 der hier macht. Und deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es muss diese Käuferschicht geben, die sich dann hinsetzen und sagen, Schatz, wir gehen einen Monat lang nicht essen. Wir machen heute Fusion Strike auf. Und haben eine schlechte Laune. Ja, die gibt es, weil sie Spaß an der Freude daran haben. Also ich glaube, 200, 300 Euro ist auch eine Range, wo es wirklich noch viele gibt, die das tun. Deswegen, das ist ein gutes Beispiel für Drachenwandel, was du sagtest. Ja. Da wahrscheinlich nicht mehr. Das ist jetzt nur noch Investmentgedanke, wie hoch kann ich es treiben? So kann ich mir vorstellen. Also Drachenwandel, also ich weiß nur, ich habe ja zig ETBs hier, ne? Von Drachenwandel. Aus folgendem Grund, das gab es mit der Lurak-Box zusammen. Im Angebot für 140 Euro. Lurak mit dem Ding. Und da habe ich gesagt, Alter, schenk einmal Strich. Da kamen solche Pakete hier an. Ich weiß natürlich nicht, wo wir sie hinstellen sollen. Das ist ein anderes Thema. Aber da wusste ich ja, allein die ETB ist ja schon so viel Geld wert. Ja. Gut. Ja. Ich weiß es auch alles. Ja, schwierig. Aber um auf Kamin-Sinn und Puppe nochmal zurückzukommen, wie gesagt. Ich glaube, es ist kein verkehrter Zeitpunkt, egal ob Sammler oder Investor. Vielleicht ein oder zwei von den Dispays beiseite zu denen. Klar ist es noch ganz viel Zeit da. Wenn man zugreifen sollte, dann glaube ich eher auf die älteren Dinge. Dann aber auch da auf die besseren. Zum Beispiel, bis ich jetzt, ja, vielleicht Paradox oder so zurücklege, wird es mit Sicherheit eine Weile dauern. Weil einfach mega verfügbar und jetzt auch nicht für mich ein absolutes Top-Set. Was wir auch nicht vergessen sollten, ist bei den Displays, die wir genannt haben. Pokémon 1, 5, 1. Auch das vielleicht mal eine spannende Frage, die wir irgendwann mal beleuchten können. Ist es das beste Set, was vielleicht auch jemals auf den Markt gekommen ist? I don't know. Könnte man auch richtig schön mal bequatschen und mal Thesen hin und her werfen. Weil Fakt ist, immer dann, wenn ich als Händler dieses Set auf den Markt werfe. Ich habe ja die Tage einiges auf Instagram gepostet. Alles eigentlich in der Regel unter Card-Market-Preisen. Das, was wie warme Semmel ging, war 1, 5, 1. Also da schnippst du wirklich mit den Fingern und alles ist gefühlt weg. Also das hat so eine hohe Nachfrage. Und selbst da schreiben mir Investoren, die sagen, ey Rafa, ich lege nur weg. Aber 1, 5, 1, da will ich jetzt einfach mal ein Case haben, das will ich öffnen. Weil das so viel Spaß macht. Aber da ist natürlich echt die Frage, das hatten wir ja auch schon teilweise, ob es totgeprintet wird. Das weißt du halt ja am Ende des Tages nicht. Wie lang, also totgeprintet ist ja egal, weil irgendwann kommt der Zeitpunkt wieder. Und das traue ich 1, 5, 1 zu, dass es in 5, 6, 7 Jahren auch noch interessant ist. Aber da weißt du halt jetzt nicht, wie groß sind die Reprints. Und da finde ich das Japanische wieder mit den Meisterbällen halt noch immer spannender. Weil es noch mal eine zusätzliche Karte ist. Es ist einfach mal eine zusätzliche Karte. Und ich habe jetzt alle von den Startern, alle drei, habe ich jetzt eingeschickt. Also das heißt, das kriege ich dann jetzt wieder, die ganze Evolutionsreihe. Und das ist natürlich schön, als Sammler die zusammen zu haben. Also wenn du dann halt hier Shiki, Glumanda, dann einfach mal in dieser Dreier-Reihe dann da fertig hast. Und die kommen halt wahrscheinlich alle als Zehner wieder. Die sehen halt tiptop aus, da gibt es gar nichts an den Karten. Ja, mega, mega, mega. Was ich da nur sagen wollte, ist, diese hohe Nachfrage sollte man nicht unterschätzen. Weil das, was halt sehr stark nachgefragt wird, auch in kriselnden Zeiten. Und so eine Zeit haben wir aktuell. Und 1, 5, 1 ist stark nachgefragt. Das könnte halt auch zukünftig sehr, sehr gut performen. Und klar, ich würde auch die japanische Variante bevorzugen. Erst recht, wenn jetzt zeitnah der Reprint kommt und wir vielleicht doch noch Preise von um die 100 bis 135 sehen. Mal gucken, vielleicht auch drunter. Ich weiß es nicht, was genau passieren wird. Das wird dann nochmal richtig spannend. Aber die englischen sollten wir hierbei nicht unterschätzen. Weil, wie gesagt, auch da ist, glaube ich, ein Preisanstieg von 50 auf 100 Euro locker möglich. Wenn halt nicht totgeprintet wird. Und bisher wird es nicht totgeprintet, weil immer das, was auf den Markt kommt, ja relativ schnell auch zu guten Preisen wieder weg ist. Also sowohl Investoren als auch Sammler interessieren sich dafür. Und das finde ich halt super spannend bei diesem Set. Ja, also deswegen, also 175 Euro habe ich damals gezahlt für meine beiden 1, 5, 1, die ich da stehen habe. Und wir hatten uns darüber unterhalten, ich kaufe erst bei 120, dann habe ich bei 175 2 gesaved, weil es auf 200 ging. So, und jetzt müsste, ja, sag ich mal, wenn es hoch runter geht und ich ja schon mal bereit war, 175 pro Display auszugeben auf japanisch, dann muss ich ja zwangsläufig, wenn es 50 Euro günstiger ist, das machen, weil ich ja selber als Sammler bereit war, welche mit 175 zu kaufen, um zwei Stück zu haben. Das heißt, ich habe ja meinen Bestand immer noch von 151 nur zwei Stück abgesichert, würde natürlich dann auch bei Traumpreisen auch massivst in das Produkt reingehen. Also bevor ich jetzt für 100 Euro Paldea Evolved kaufe, würde ich ja für 120 japanische Displays auf jeden Fall mitnehmen und dann halt auch en masse, ne? Also kann natürlich sein, dass wir dasselbe kurzfristig sehen wie bei Zenith der Könige, also sprich bei Vista Universe. Aber da hätte man jetzt auch, hättest du sehr lange gewartet, hättest du den Stabber gemacht. Du hast ja auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen teurer eingekauft, aber ist ja auch egal für dich, weil wir sagen ja, wir sprechen uns in drei, vier Jahren wieder. Absolut, so ist mein Gedankengang immer. Also ich habe da null Bauchschmerzen bei Vista Universe, ne? Ich habe, klar, mein bester Preis war bei 76 Euro, ne? Also jetzt könnte ich günstiger zuschlagen als noch vor, keine Ahnung, einem Jahr, als ich die ganzen Dinger gekauft habe. Macht mit mir aber gar nichts. Also wie gesagt, ich denke dann eher darüber nach, da nochmal große Mengen nachzukaufen, Durchschnittspreis nochmal ein bisschen zu senken, obwohl das schon sehr, sehr minimal wäre. Ich würde, wenn nur einkaufen, wenn ich überzeugt davon wäre und das bin ich von Vista Universe. Und wie gesagt, ich habe neulich nochmal zu einem auf Instagram gesagt, ich werde mich so schlapplachen in drei bis vier Jahren, wirklich. Wenn wir dann hier immer noch da sind und uns die Preise von Vista Universe angucken, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Preise ganz, ganz woanders sein werden, auch wenn viel davon da war, auch wenn viele Menschen sich davon was weggelegt haben, da glaube ich fest dran. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn es nicht so sein sollte, dann werde ich mich ganz, ganz stark irren. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Ja, ich muss auch, ich muss sagen, also ihr seht das jetzt hier gerade nicht, aber ich habe ja jetzt mein Greenscreen und ich werde dann doch tatsächlich nochmal meine, ich habe ja Inventur gemacht, ich habe die neulich geschrieben. Ich werde jetzt meine Investments zu dem, wie sie jetzt stehen, mit Ebay verkäufen, also reale Verkäufe in Durchschnittswert bilden und werde das einmal gegenüberstellen und werde dann einmal sagen, wo ich dann immer mit deiner Kaufempfehlung oder ja auch von dir bezogen, dann, was ich gekauft habe, was ich ausgegeben habe, zu dem, was ich jetzt gemacht habe, einmal meine privaten Stock und einmal meinen geschäftlichen, wo wir mit mehreren 10.000 Euro ja reingegangen sind, Stock, würde ich dann jetzt einmal hier als Video zeigen, damit die Leute mal so ein Realbeispiel haben, was passiert, wenn du es dann wirklich, also so eins zu eins, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Und dann kann ich ja mal, ich habe so ungefähr meine Kosten, ich erzähle es immer gerne, dadurch, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, ja relativ hart drin gehabt und jetzt müsste man, müsste man mal, müsste man mal gucken, overall, gehe ich hier eigentlich mit Plus oder Minus raus? Also ich hatte mir halt auch überlegt, was man ja auch machen könnte, ist, man könnte ja auch ein bisschen was verkaufen jetzt von Fusion Strike etc. oder Shilling Rain, um dann halt einfach in 1.5.1 zu gehen. Kann man machen. Also ich habe auch einen Teilbestand abgestoßen, klar, das kann ich jedem auch immer nur empfehlen, also klar, wenn ich jetzt nur ein oder zwei Displays davon habe, dann wahrscheinlich, wie gesagt, man weiß ja, dass die Reise weitergeht, aber wenn du von vornherein halt auch schon, sage ich mal, sechs kaufst, weil du weißt, du willst dich dann irgendwann von zwei trennen, wenn es sich verdoppelt und dann nochmal von zwei trennen, wenn es sich vielleicht verdreifacht, dann kann man das durchaus machen, auch wenn man weiß, wenn man alle hält, dass man die größtmögliche Rendite macht, wenn man alle hält, aber das, Verkäufe tun manchmal auch gut, man, verliert den Glauben dann nicht an das Hobby, man weiß, was dann möglich ist, dass Menschen bereit sind, den Preis zu bezahlen, das macht ja auch etwas mit einem, ne? Ah, Frage noch zum Abschluss. Ja, mich interessiert das Brilliant Stars, ne? Da, das finde ich relativ spannend, ich halte es ja noch immer für eine der stärksten Sets überhaupt, so, aus der Schwert- und Schild-Ära, ähm, es ist ein Glurak-Set, so, es ist, es hat fantastische Karten, es hat die Trainergalerie drin, die Nachtara-Karten, sind da drin zweimal als Trainerkarte, ähm, es ist ein massiv starkes Set, jetzt weiß ich, es gab mal einen großen Reprint in den Staaten, ähm, wann meinst du, heb dieses Set ab? Und ich, meine Theorie wäre, aufgrund der guten Karten, wenn sich da das Bestand mal runtergeht, da geht das Ding durch die Decke. Ja, das, das, das wird passieren, also oftmals ist es ja so, wenn, also, ich schaue auch immer gerne darauf, sind die Artikel auch noch im Pokémon Center in Amerika verfügbar, ne? Und Brilliant Stars kannst du halt beim Pokémon Center noch zur UVP kaufen, und das deckelt bei uns dann auch immer so ein bisschen so den Preis, weil es gibt natürlich dann auch pfiffige Händler, die besorgen sich das aus den Staaten, und dann haben sie das Angebot wieder hier und können es zudem, sag ich mal, plus 15, 20, 25 Prozent im Vergleich zu Amerika dann hier auf den Markt werfen. Wenn das dann aber alles irgendwann mal weg ist und wenn, äh, wirklich jeder nur noch sich beim Zweigmarkt bedienen kann, ähm, also nicht mehr bei der originalen Produktionsstätte wie Pokémon, dann gehen Preise rauf, und das siehst du zum Beispiel dann auch bei Fusion und bei Chilling, und das wird auch irgendwann mit Brilliant Stars passieren. Und dann wird's halt spannend, wenn alle irgendwo nicht mehr verfügbar sind, alle ungefähr Gleichkosten, und dann wird's nochmal richtig spannend zu bauwollen, wer macht dann am Ende die Rallye dann auch, ne? Genau, also wo, wo sind Leute wie bei Team Up und so dann bereit, noch mehr Geld? Genau, richtig, irgendwann wird sich dann den Sproll vom Weizen trennen, ja. Genau, weil die anderen, also sag ich mal, aus Sonne und Mond kannst du, kannst du ja auch günstigere Sets kaufen, schockt dann halt nur nicht so. Absolut. Mensch, ja, insofern, das hat auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall, mega, dankeschön. Bokeh-Druck Nummer 11. Nummer 11, alles klar. Bleib dir das, beim nächsten Mal sagst du die Zahl. Ja, ich kann's mir ja auch schreiben. Ja, stimmt, stimmt. Leute, macht's gut, bis bald, ciao, ciao. Auf Behalt, bis dann, ciao.